Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussfülls für Frankreich mit Corsica. Der Travo ist wahrscheinlich das Sinnbild für Kajaken in Corsica. In diesem Video schauen wir uns jedoch den Unterlauf an. Der Einstieg ist an der Brücke des Ausstiegs des Standardabschnitts und dann fährt man bis ins Meer. Dieser untere Abschnitt wird oft übersehen neben dem spektakulären oberen, aber es gibt einige hervorragende Punkte, die für diese Sektion sprechen. Er ist nicht so schwer wie weiter oben, aber auch kein Flachwasser. Ich vergleiche ihn gerne mit dem unteren Vecchio, nur steiler. Er braucht auch einiges an Wasser, somit eine gute Ausweichstrecke, wenn es für oben zu viel hat. Und schließlich darf man hier unten an jedem Wochentag paddeln. Auf dem unteren Travo sind flache Abschnitte mit steileren Katarakten verbunden. Dies kann etwas beängstigend wirken, da man nahe an die Abrisskante ran muss, bevor man das ruhige Wasser unten und den gesamten Katarak zieht. Wenn es zusätzlich noch Wind vom Meer her hat, kündigen sich diese Abschnitte mit einer Gischtfahne an. Es gibt eine Stelle, die in meinen Augen eine definitive Umtrage ist. Am Ende einer Rechtskurve, etwa einen Kilometer nach dem Start, stürzt das Wasser auf der linken Seite direkt auf einen Felsblock. Vielleicht kann man rechts eine Durchfahrt finden bei genügend Wasser. Wir haben jedenfalls die Kajak über die Steine rechts gehoben. Der Wasserstand kann an der Brücke eingeschätzt werden. Das obere Ende des Betonsockels sollte mindestens auf Wasserhöhe sein und ein bisschen mehr schadet sicherlich nicht. In einigen Katarakten kann es passieren, dass man falsch eingefahren ist und in trockenem Steinland landet. Daher muss man vielleicht ein paar Mal aussteigen. Es geht in ähnlicher Manier weiter mit flachen Abschnitten, die von Schwellen unterbrochen sind. Die meisten können vom Boot aus beurteilt werden. Je weiter nach unten man fährt, umso einfacher werden sie. Wenn links Häuser auftauchen, hat man die Ausläufer von Trawo erreicht. Nun geht es noch durch eine kleine Schlucht und auf eine scheinbare Barrikade zu, an der man rechts vorbeikommt. Bei der ersten Brücke kann man die Fahrt beenden, wenn die Wasserverhältnisse zu niedrig sind. Von der zweiten Brücke, der Hauptstraße zwischen Bastia und Bonifacio, teilt sich der Trawo in sein Delta und die Wassermenge kann unzureichend werden. Es ist nicht immer klar, welcher Arm der bessere ist. Da die Zugangsstraße zum Strand links vom Fluss liegt, kann es sinnvoll erscheinen, sich an dieser Seite zu halten. Aber es ist auch ein Erlebnis, raus ins offene Meer zu paddeln und dann entlang dem Ufer zurück zur Ausbootstelle. Unglücklicherweise hat die Straße zum Strand eine Höhenbegrenzung von etwa 2 Metern. Als wir da waren, konnte man noch außen rum fahren, aber ich würde nicht damit rechnen. Ein Ausstieg direkt oberhalb der Abschrankung ist möglich, aber dann verpasst man das tolle Erlebnis, raus ins offene Meer zu fahren. Und man kann direkt schon bei der ersten Brücke raus. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!